Hoi, Münster! Hoi, Wolfgang! Hoi, Wolfgang! Hoi, Hannes Wiesbücher! Vorwärtserheizungen vor allen Reulingern aus der Schweiz. Luggold hier nach Münster. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Münster. Ihr seid immer wieder gerne gefehlen mit eurer Musik. Und jetzt haut euch die rein, dass ihr den Quintalmarkt geht. Wir danken dir! Und wir wünschen Münster! Und der Sonne von allen sagen, wir haben hier langsam die Brücke! Die Brücke! Die Brücke! Und nach unseren Vorlaufrunden! Und der Norden! Lieber Christian, das erste Mal, dass du beim Roten-Montag-Zucht dabei bist, aber wir hoffen, dass es nicht das letzte Mal ist. Natürlich vermuten wir den neuen Zuchtkommandanten, Gerd Meier. Vielen Dank für die Frage, die ist der Bundesminister-Karl-Walt, die wir gebrühten haben, Stiesa Lüning. Eine Ehre für uns, Herr Wiener. Aber ich sehe, unser Präsident heute irgendwo wird schon eine Arme an, von vielen Jahren. Der Werner Rauf schmeißt die Kamelle, weil er sie bezahlt. Unser Kastenwagen ist wunderbar. Lieber Dieter, herzlich willkommen hier. Und hinter die närmischen Männern kommen die närmischen Weiber von Münster. Herzlich willkommen. Und nun kommen die Kinder der grünen 70er. Die Karnevalsgesellschaft, die Leidensgenossen, mit ihrem Präsidenten Arne Scheuer. Münster! Münster! Ja! Münster! Ja! Münster! Wir danken euch! Wir bitten euch! Wir danken 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 euch! Ja, wir danken euch! Wir danken euch! Ich rufe zäufig! Ich rufe den Einkommen! das resistantischer deepenistische Mechanistitter, und hervor specialized in der Regibilisheit! Ich danken euch! Ja, der British Southern! Und der liebe Matthias Freck hat gesagt, seine eigene Chefin fährt dahinter. Jetzt kommen die Gardösen. Der hinten und der KG-Volkland ist doch die Grendel. Jetzt kommt der nächste Wagen. Und da begrüßen wir den KG-Volkland. Und liebe Freunde, Herr Wings. Ihr seht es, der Axt. Das ist stehen und vor. Das ist party-vor. Aber wenn ein Hohmann-Hohmann-Hohmann auf der Lübe steht, dann muss nicht Ihre Mut sein. Herzlich willkommen, liebe Freunde, Trainer. Herzlich willkommen, hier auf der Laufs-Nier-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann. Herr Torsten, aber du bist später drauf, für die 8.18 Uhr 93. Für die Anschung, Herr Hohmann. Wenn du dir die Kinder alles an die Anschung kommst, Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-Hohmann-H Der Elberat grüßt, alle der Brüder war aber wieder von Münster! Köln! Bödenköl! Erste Mal! Bödenköl! Schießt, was seid ihr? Gekko! 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 Ohhhhhhhhhh Liebe Münze! Und wiederholen, die Prüleinung für das erste Mal, ein bisschen werfen ist, aber es ist doch ein bisschen werfen, ein bisschen werfen. Oh Frau Schütte, da kommt ein bisschen weiße Kamelle vom Wagen. Toll macht ihr das. Ja und jetzt kommt die erste Wagen von unserem Holmbenau Schlosser. Ja und jetzt kommen aus Schlosser die Bokelburkes. Schauen wir uns dieses gigantische Pferd an, das ist Kamelle vom Schlosser. Wir begrüßen uns heute auf Schlosser. Ich bin ein weiterer Wünster. Schlosser. Wünster. Da ist ein bisschen der Fuß in die Haare. Ein bisschen. Die hängen so weit runter. Ich bin so jung, in den 70ern war ich noch gar nicht geboren. Was soll das denn alles? Höchst. Das ist so geil. Wir haben übrigens von den anderen unter sich auch sicher aktuell erfahren, weil dieses Jahr haben sie Bauer sucht Frau. Und im nächsten Jahr ist das Motto Schmierer untergesucht. Also schauen wir mal, wie sie daran zählen. Ja. Du hast die Pferd auf jeden Fall. Du hast es eingestappt. Auf unserer Freude auf Sieg und Runde ein neues Münster. Ja. 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 Unter Ihrem Heiler ist bei uns über die Institution verheiratet worden, heute sage ich Ihnen da 4 zu 0 und danke, Herr Magatz. Hier sind die Kavalistischen Urgescheinen aus Silvok, hier ist der CCH. Wobei es nicht gewünscht ist, dass der HLU-Präsident an der CCH verliebt wird. Ach, nur noch. Liebe Heiler, herzlichen Glückwunsch mit Ihnen! Danke! Viel Freude noch! Herr auf! Herr auf! Ein Wagen der Schweineschützer, den wir Präsidenten in Europa haben. Und das sind definitiv übersprungen Schweine, die nicht nach Stahl riechen! Ja, und danach der Landstieg von Flarenzucht, der schützende Mannsvertragel! Jürgen Brücke, der diese schöne Band dirigiert, ist Wolfgang Konrad! Haut richtig rein! Damit hier der Präsident... ...dasschauen, wenn ihr jetzt viele Leute seht, die im Willen gerapperten! ...und die nächste Nummer ist die Nummer 27, die Sparabang Münster-Egie! Schon wieder Poppa! Also, herzlich willkommen bei Ihnen, die Sparabang Münster! Wieder willkommen von uns aus Zinsen, heute Paradella, also wir bereichlich. Hier tut es ein Gehle-Club, ausschleichweis Kursfeld. Also ein Zirkus in die Projektkameras, ist sehr wichtig. Auf unsere Freunde aus Arisbeck. Einmal von Aris Münster! Von Aris Beck! Von Aris Beck! Von Aris Beck! Von Aris Beck! Das konnte sein, das konnte sein. Der Aris Beck! Hier kommt der Krimerplatz! Ach! Das ist der amerikanische Opfer der Erde. Und direkt hinter dem Wagen Nummer 29 vor 2034 Die reißen unsere Polizisten, die Tage in Witte-Müse. Witte-Müse, tief, tief! Ja, liebe Rollen, herzlichen Dank für den Entfang. Ich kann nur sagen, es ist Bull in Uberschönstadt in Münster. Bette-Müse, tief, tief! Bette-Müse, tief, tief! Bette-Müse, tief, tief! Bette-Müse, tief, tief! Und ihr könnt sie schon hören, der Spielmann-Zug-Osser und Affe-LTV ist auch wieder mit dabei, herzlich willkommen! Herzlich Willkommen in Münster's Gute, Uwe! Liebe Karin, auch wir begrüßen dich hier recht herzlich! Super! Auf die Yellow Fester, Aussehensbühel und ein 300-dolleres Münster! Auf die Lady Kabel, aber noch Gäste! Viel Spaß und Münster! Wir sehen gestern mal Brotten vor dem Zeltler in dir, Brotten! Ja, das ist ja auch so, nicht? Wie ist das denn mit dir? Kannst du nicht mehr reden? Ja! Hallo! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 WDR Die Kometen, nicht die Kometen, jetzt kommen die Kometen, ihr seid richtig gut auf! Wenn ich mir diese großen Schrappohren nach vorne angucke, meine Lieber, ich sag mal, hey, Schrappohren! Lieber Detlef, willkommen hier! Der Sterner von der Kanadaus-Klubs unter der Spitze der Präsident, Detlefanzer! Lieber Detlef, willkommen hier! Was ist die Gesellschaft, die noch freiwillig zugeht, dass sie eine Mütterarm, die sticht, aber nur ausgerechte Persönlichkeit? Ich werde mit der quieren Kontrolle, die in die Wurze auszahlen! Der Mann könnte in die Wurze aus bei Jakob! Ja! Hallo! Hallo! Wurzuz und Seele! Ja, ich war mit Schraubfurt. Und weiter geht es. Im Geisterland sind die Teufelos, die uns angesammeln. So was bekommst du euch. Unsere Freunde aus den Niederlanden zusammen. Ein Wunderwerk der Technik, hätte ich schon fast gesagt. Hallo! Meine Gesellschaft, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, die KI-Gesen sprachen Sandrup Körle. Ja, bitte, Herr Prinzen, Franzi Mösten, und natürlich dabei der Präsident Roland Grünangel. Lieber Franz und lieber Ronald, herzlich willkommen. Ihr habt besucht, das ist euer zweiter Umzug in diesem Jahr. Klasse! Ja, ich höre euch. Und wie immer, haben wir schöne Vöter mitgemacht. Ja, genau. So, hier ist es einfach nicht nur noch, aber dieses Lied bestehen in eurem Jäger-Jäger-Jäger-Jäger-Jäger-Jäger-Jäger-Jäger-Jäger-Jäger-Jäger-Jäger-Jäger-Jäger. Dankeschön. Vielen Dank! Präsident Uwe, auch wenn wir nicht zu euch sind, ist wieder bei euch ein Ratschen bis Münster! Freitur! 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 Was ist die Ecke für die Ecke? No! Es ist eine Ratschenkirche! Auf dem Wagen ist noch eine kleine Schwester! Oh ja! Es ist eine Ratschenkirche! Liebe Freunde von Westfalenfleiß, herzlich willkommen! Ja, gefasst schon! Ja, liebe Freunde! Das ist eine super Fußgruppe der Martini-Kerkels Weltklasse! Absolut Weltklasse! Da ist der halbe Ort unterwegs, der ganze! Halbloser, nein, 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 kommt noch! Hallo! Hallo! Schaut euch das an! 100 Leute zu Fuß! Alles dreht sich, alles bewegt sich, alles ist bunt! Ganz, ganz toll, dass wir unsere Freunde aus den Niederlanden dabei haben! Töne, 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 Töne! Das ist die Karikolmöger, Mitgliederpräsidentin Hans-Zieler! Und die Damen sind mit Sicherheit hilfreich und nicht das hier sehen. Und wir haben ein Schöne neben euch. Und Sie haben das Münster-Arach-Anwalts-Puseum, der Heizseger verkauft Kacke, Kuchte wie Sonntag. Geht Sie einfach mal eine Suche. Ja, Leo, jetzt sehen wir heridische Cocktails. Super, diese Fußgruppe der KG Hildrup. Wir haben Sie schon im Umzug im Hildrup gewusst dürfen. Und da waren Sie wunderschön und ich darf es wieder sagen. Mädels, ihr seht zuckersüß aus, wie immer. Schön, dass ihr auf Münsters Prinzipalmarkt seid. Auch Hildrups erste Frau, die die liebe Michaela ist mit dabei. Karneval in Hildrup, liebe Freunde! Hier ist er! Hier ist die KG Hildrup! Eier Applaus! Anfehl Hildrup, liebe KG Hildrup! Das ist für euch! Das ist euer Applaus! Dankeschön! Jetzt kommt die Untergesellschaft unseres Prinzen, die KG Volasteria Prinzipiale, zunächst mit dem Flugwagen und auch diesem Wagen sind wunderbar die KG Volasteria Prinzipiale. Hallo, ihr süßes Mäuse! Und da sehen wir Sie! Hier sind Sie, die Heldin des Karnevales, Marcella Prinzipiale! Und ihr gewinnt hier auf dem Prinzipalmarkt, das sind eure Rosenkavaliere, unseres Prinzen Markus, an der Spitze, die ihr Präsident Reiner zahlte! Ja, liebe Volasteria Prinzipiale und extra für euch, die Frau an der Seite eines Prinzen, Gaviria Ries, gerne hier auf die nächste Hohke ein Bein zu Wort zu sagen. Hallo! Da geht eure Zähne der Prinzipiale, genau! Mr. Baccarina! 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 Unser lieber, Reiner zahlte, Adel und auch sonst mit seinem Hund und ist die nächsten zwei Wochen berufsunfähig, weil er keine Störe rausbekommen wird. Und jetzt fährt Rosen Münsters Frau und liegen auf den Füßen! Die Morasseria Prinzipiale machen einiges los in Münster, vielen, vielen Dank dafür! Sonst müssen Sie, dürfen Sie, wollen Sie immer den Prinzen zu Fuß begleiten, damit er einen tollen Auftritt hat! Ja, liebe Herren und Narren, jetzt ist es soweit! Wir sehen jetzt rund um den Prinzen, zunächst den Wagen mit der Prinzenwarte und nach den Prinzen. Wir haben ein extra für euch, alle von uns, die auf dem Wagen waren, verwahrt! Wir sehen den анalrunden, bei uns, die wir sind nicht. Wir sehen uns nicht, die wir sind die Fans. Wir sehen uns nicht, die wir sind nicht, die wir sind die Eltern, die wir sind die der Firma sagen! Wir sehen uns nicht, die wir sind die Orte, die wir sind die Kräuter, die wir sind die Mutter. Wir sehen uns nicht, die wir sind die Marie-Atlana und die wir sind die Schutze für den Mann. Hallo! Und hier haben wir nichts, deine Mutter, lieber Markus. Lieber Markus, hier stehen alle, die dich gern haben. Es war eine super Lektion mit dir. Hallo! Lieber Markus, wir danken dir und deinen Adjudanten für eine grandiose Saison. Ihr habt es wunderbar gemacht. Vielen, vielen Dank, dass wir so ein tolles Drei gestehen haben dürfen, mit unserem Prinzen an der Spitze. Und wir probieren es so weit. Es hat Spaß gemacht, lieber Moses. Lieber Markus, hier auch herzlich begrüßen, hier von den Landsgruppen. Hier ist der Prinz! 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 Das war der Rosenz! Das war der Rosenz! Das war der Rosenz! Und jetzt! Wenn ich hier, dann sag mir wo und wann, wenn ich hier! Das ist die dritte Zeit. Das ist die dritte Zeit. Das ist die dritte Zeit.